So, 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 da wollen wir mal 2, 3 Ründchen Boom Simulator spielen und danach natürlich eventuell nochmal Minecraft, aber ich denke schon, 2 Stunden Boom Simulator und dann noch ein paar Stündchen Minecraft passt. KW am Start läuft. Ich muss überlegen, wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Wo waren wir stehen geblieben? Ach, beim Hausarbeitern. Das wird Spaß werden. Ähm, dazu tappe ich jetzt nochmal ganz kurz raus. Ja, alles an. Perfekt. So, der Karl, der rollt uns wieder fleißig hinterher. Und Hallo an alle an YouTube, der Boom Simulator wird runtergeladen und geschnitten für YouTube. Ähm, ja. Wo war ich stehen geblieben? Was hat denn der Karl, all das Intus? Der ist ja randvoll. Der ist ja randvoll. Hier gibt's Keramik. Da gibt's auch Keramik. Ich weiß, aber ich überlege gerade, was wollten wir denn alles machen? Ha. Stimmt, wir brauchen Sankt für das Taubenlevel. Moment, hier waren Müllsäcke. Was zu syrbeln und zu fordern? Ja, Keramik, Aluminium, den ganzen Quark brauchen wir ja. Äh, das ist... Ich weiß gar nicht. Es dürfte gar nicht einmal reinpassen hier. Eins ist noch frei. Oh ne, das passt aber nicht rein. Ha, ich wusste es. Jetzt passt es rein. Ey. 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 Jetzt. Oh. Der Teil kommt oh mein Gott. Why not. Das passt auch nicht mehr rein. Oh doch. Lol. Okay. Ähm. Ja, Keramik. Oh, ja. Komm. Stimmt. Der Bulle, der macht wieder nichts. Was ein Hund. Ah, schöner heißer Kaffee. Okay. Ähm. Ja, ich muss das Ding offleveln. Wir müssen erstmal zur Base zurück. Und wir brauchen noch ein oder zwei Blueprints. Genau, da war noch was. Äh. Stufenaufstieg. Erhöht. Erhöht die maximale Gesundheit. Erhöht die maximale Gesundheit. Das hier. Ne. Äh. Senkt die Materialkosten für alle Bauwerke. Oh. Nehm. Da waren die Penis-Hot-Docke. Hot-Docke. Alles klar. Hot-Docke. Die keiner essen will. Das sind sie. Äh. Erstmal dann halten. Ähm. Äh. Ja. Jipp Geld Geld Wasch Mich Hehehe Und ein kleines Smiley dazu Hey, ich wüsste, dass du Geld hast Ich wusste es Das nächste Mal kriegst du einen Finger Alter 4,52 Holy Crap Ach, schau mal einer an Nö, 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 komm, du siehst aus, als ob du Geld hast Nicht du schon wieder Ich will die da haben 1,40 1,40 Bloß Ich glaub, die hat es nötiger als ich Hehehe Ah, da oben ist mein wunderschöner Palast Ey, du Gib Geld Wie viel? 98 Cent Gib Geld 2,77 Und der gibt mir bestimmt das 40 Cent Du hast Geld, so wie du aussiehst Ich piss dich an Aha Ich wusste es 40 45 Cent So ein Wichskopf So ein Wichskopf Just a moment There you go Mann, 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 ey Dass man den Leuten immer erst so hart auf den Sack gehen muss Was? Einen Reifen brauchen wir grad net Äh, ich brauche Brauche ich die? Ja Ja Ähm Moment Toilettensitz, das müsste doch auch Keramik geben, wenn mich nicht alles täuscht Wenn mich nicht alles täuscht Ich kann mich auch irren Also, ja Essen Und irgendeinen Müll Und irgendeinen Müll Wo ist Karl, Lerino? Da haben wir auch schon was drinne So Karl, ab nach Hause Mal gucken, ob wir genug Zeug haben, um darum weiterzumachen Äh Du da, gib Geld Aber ich habe keine Kette Pass mal auf Ne, pass mal auf Ich kenne solche Leute wie dich, ja? Nein Beim dritten Mal bist du angepisst Ah 2,8 Cent, besser als nichts Was war das denn? Was ist das denn? Das kannst du ja noch gar nicht A du 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 Mh So, ich muss den Äh Was? Tornado Das maximale Level aufwerten Ne Welcher war ein Tornado? Äh Welche wird mir angegriffen Ah, nicht meine Gut Eine andere Mh So ein Öflein Wollten wir auch noch bauen Okay, ähm Die Wände müssen wieder weg Die müssen wieder weg Die müssen wieder weg So Äh Okay Und die blinkt immer noch gelb Ach, die ist kaputt Ah Okay Wo Habe ich Jetzt Äh Hier nicht, aber warte mal Hier kann ich ein bisschen was reinmachen Das Ne, das war's schon Hier kommt mal da mit rein Wo ist denn das Reparatur-Kit Hier nicht Da Ähm Eins nehmen Ähm Reparieren Okay Okay Baumod Eine Wand Und Noch eine Wand Das sind die falschen Wände Scheiße Kann ich die? Nein Kann ich nicht Kann ich nicht Äh Äh Die Wände waren das Die ich will Genau Genau So So Luxushaus für Obdachlose Was? Ich hab da noch Pappe Ah, jetzt Scheiße Da muss eine Wand rein Und Scheiß Ich glaub nicht, dass es hier so eine Art Stützpfeiler gibt Scheiße, da muss eine Wand rein Machen wir die da hin Machen wir die da hin Machen wir die da hin So Ja Ja Bausung passt Karl Rino Stehen bleiben Ich muss da noch eine Tür in den Zimmern Äh Tür So Jetzt machen wir schon mal Safe Genau Ansonsten so ein Metallschritt haben wir nicht Nee Gott Ich muss doch so ein Ding bauen Ich muss doch so ein Ding bauen Äh, da muss erstmal Holz rein Alter Oh, du hast hingeflogen Ja Wer wusste das? Aber wirklich jetzt mal wusste das? Scheiße Ist immer noch so viel übrig Ist immer noch so viel übrig Läuft Was kostet mich der denn? Recycling Machine Doppelt so effizient Und Jetzt haben wir zwei Und ja Karl, ich brauche es Also Nervnet Schmelz So Was war denn das da? Schmelzofen Da brauche ich Keramik Zum Glück ich habe es mitgenommen Zum Glück haben wir es mitgenommen Zum Glück haben wir es mitgenommen So Ähm Oh Gott Wo ist es jetzt vorne? Ich glaube hier So Äh 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 Komm, 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 komm So Passt Haben wir den auch doppelt Dann Dann, 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 dann Was ist hier drin? Hier ist Schrott drin Da ist auch Schrott Da ist Holz Das heißt, da vorne müsste Pappe drin sein Nö Da ist alles andere drin Wow, wo ist die Pappe? Machen wir die da mit rein Äh Holz Äh Holz Was benötigen wir denn noch? Das Dinger Die Penaiherberge kommt auf jeden Fall auch noch Äh Verarbeitet Holz zu Papier Das Ding brauchen wir auch noch Haben wir schon Hammer Das ist ja die einfache Variante Die verbesserte Fehlt uns nur noch der hier Äh 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 Das müsste vorne sein Tatsächlich Äh Äh Komm Oh Da ist so viel Platz dahinter Das gefällt mir überhaupt nicht Ähm Kochstation kommt auch noch Das ist safe Auf jeden Fall Ich muss jetzt aber erst mal Quark herstellen Damit ich ähm Damit ich das komische Ding dort aufwerten kann Ich glaube dazu brauche ich halt Aluminium wenn mich nicht alles täuscht Äh Äh Tornado Genau Aluminium Blech Da hatten wir noch welche Da bin ich schon mal happy drüber Oder auch nicht Ähm Aluminium Blech Haben wir wieder zwei Stück Passt Ähm Ähm Ah da gibt es auch wieder Karam Ich wusste es Ich wusste es einfach Äh Äh Hallo E Interagieren Okay warum geht das jetzt auf einmal nicht mehr Ja Nice Das ist grad ein bisschen creepy Warum kann ich mit dem jetzt nicht mehr interagieren Nein ich baue Modus Hier Ah jetzt Aufwarten Was brauche ich jetzt Kupferrohr Aluminium Blech Nägel Nix davon haben wir Aluminium Blech Nägel Aluminium Blech Nägel Ja Ja I can hold on to that for you Karl Warum drehst du dich bitteschön immer Warum Tust du das Warum Tust du das Ich überleg grad da musste glaub auch Holz rein Ja Ja Ist lange her Dass ich das Spiel gespielt hab Ähm Ähm So 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 In der Zwischenzeit Stell mal wieder ein bisschen Keramik her Nein Ja Irgendj Wann das auch? Ja Ja Und we really need Okay, da war noch kein Holz drin, ne? Ich dachte... Ähm... Einmal das da. Das da. Das. Das als Multiplayer wäre bestimmt bauermäßig. So, ich brauche Nägel. Ein paar mehr als die, die ich hab. So. Ich brauche Aluminiumblech. Ich brauche Kupferrohre. Oh, schon fertig. Äh, hier war Holz. Äh... Cool Stuff. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Hier haben wir noch Dis da. Hier kommt Dis rein. Warum auch immer hier Schrott drin ist. Ne, die Nägel brauche ich ja hier drin. Gut, die verschwinden dann gleich wieder. Da, die Nägel... Hallo, da, 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 da. Schrottkist ist full. Dann auf zunächst, ne? So, ähm... Holz war hier drin. Ne, Pappe. Holz war da. Äh... So. So. Na, wo wirst du? Dann brauchen wir noch ein Blech. Und nochmal Kupferrohre. Jetzt nutzen wir mal ganz kurz. Da fehlen noch zwei Aluminiumblech. Ah, da fehlt noch Viere. Ah, da fehlt noch eins. Oh. Oh. Why not? Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was herstellen hier. Boah, Karl, ganz ehrlich, du gehst mir so hart auf den Sack mit deinen Fragen, ob ich das wirklich brauche. Will ich das sonst einsammeln? Karl, du musst dann sowieso gar wieder Holz schleppen, ne? Ich will hier drinnen noch ein paar Kisten bauen, dass die von draußen verschwinden, ne? So. So. Jetzt komm doch. So. So. Holz und Holz. Ähm. Kisten. Kisten hätt' ich gerne. Da. Rum. Komm, da geht noch was. Ach komm, da geht noch was. Da geht auch noch was. Da geht auch noch was. Hallo? So. Nice. Got it. Ich wusste es doch. Kann man gleich alles von draußen reinholen. Passt. So ein Automatiksystem wäre hier echt geil. So. Kupfer. Kupferrohre. Nägel. Wir ballern erstmal alles raus, was wir jetzt nicht brauchen. Äh. Äh. Das Holz. Natürlich auch. Hier ist noch Schrott. Okay. Dann. In die ersten zwei Kisten kommt Essen und Trinken. Versteht sich. Natürlich von selbst. Ich hab noch Keramik im Gepäck. Lol. Apropos, weil wir gerade noch dabei sind. So. Ach komm, die ist immer hoch noch. Warum hab ich noch Keramik und Schrott bei mir im Gepäck? Beziehungsweise bei Kahl im Gepäck. Das Ete-Petete wird sich wieder aufregen. Das ist jetzt mein Inventar nicht immer. Welche wird angegriffen? Oh, die hier wird angegriffen. Okay. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Nee. Die da hinten wird angegriffen. Okay, dann hab ich noch ganz viel Zeit. Hä 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 hä. Äh zittrl und er. Ähm. Hä? Nein? Jetzt geht der Spaß los. Ich brauche hier draußen noch Kisten, wo ich den Mist hinmache. Äh. Das ist ja alles für die Kochstation dann. Äh. Trinken. Bier natürlich. Why not. Ähm. Blaue Blümchen. Dieses komische Blatt. Ähm. Birne oder. Ja, Birne. Genau. Äh. Tomate. Nee, Apfel. Was ist das? Zwiebelsamen. Kirschen oder sowas. Gurke. Äh. Äh. Hier haben wir noch. Die Vogelkacke. Und hier haben Reifen. Ja. Äh. Warte mal. Hier. Äh. Hier sollen Kisten hin. Denn hier draußen kommen die Beete hin tatsächlich. Hallo? Aha. Äh. Ist so nah am Haus. Wow. Wow. Wieso wurde die gewertet? Was soll denn das? So scheiße. Wo ist denn Karl? Nimm. Moment. Du nimmst das nicht auf? Ach. Du bist voll. Oh. Ja, gut. Dann bauen wir euch ein bisschen weiter weg. Juckt mich auch nicht. So. Dann kommt hier das ganze Samengedöns rein. So und so. So und so. So und so. Die Medikits. Die Togaretten. Ja, Janet. Stopp. Mach bitte hier nicht streamen. Was willst du? Ja, das stimmt. Ja, ist ja gut. Er hat von mir Geld gekriegt. Ja, ja, gut, ja, natürlich. Moment, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich mache eine ganz kurze Stream-Unterbrechung, sprich ein kurzes Päuschen für mich und ich bin gleich wieder da.